Jetzt guckst du mal Katar im Dezember, da darfst du als Frau nicht mal allein auf die Straße raus. Da muss immer einer, und trotzdem noch Abdeckplanen drüber mit dem Schlitz. Das ist das Mittelalter. Wo ich das erste Mal so eine gesehen habe, komplett schwarz am Straßenrand, ich bin gefahren. Dann habe ich gedacht, Blitzer. Dann bin ich gleich runter auf 30, war ja Inarzt. Dann ist die vorbeigezogen, hat aber nicht geblitzt, alles gut. Vielen Dank.